Hi, äh, okay, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ähm, ich weiß, wir haben nicht wirklich geredet, seitdem ich wieder da bin, und ich denk mal, wir haben beide einfach Zeit gebraucht, ähm, wie auch immer. Ich bin die Woche über bei meinen Eltern, und, also ich melde mich eigentlich, weil ich hatte Lisa gebeten, dass sie sich um meine Pflanzen kümmert, und, ja, du kennst Lisa, sie hat jetzt abgesagt, und ich wollte fragen, ob du das vielleicht übernehmen kannst, ich weiß nicht, ist das komisch? Die Pflanzen brauchen nicht viel, es reicht, wenn du einmal hingehst, ähm, äh, Lisa könnte dir die Schlüssel in den Briefkasten werfen, ich kann dir meine neue Adresse schicken, und... Vielleicht können wir ja noch mal reden, wenn ich wieder da bin. Aber, wenn du, wenn du es nicht willst, ist auch okay, dann vergiss einfach, dass ich dir geschrieben hab. Ich dachte nur, naja, wir wollten ja Freunde bleiben. Hey, buddy. Hey, buddy. Hey, buddy. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020